Wenn du wissen möchtest, wie man so einen coolen kleinen Schreibmaschinen-Effekt in Unity implementieren kann, der von Benutzer auch weitergemacht werden kann, dann bleib jetzt dran. Hi, ich bin der Manu von BoundFox Studios und ich zeige dir jetzt, wie man in Unity so einen kleinen Typewriter- bzw. Schreibmaschinen-Effekt entwickeln kann. Und wie immer geht's los nach dem Intro. Für dieses Video habe ich bereits eine Kleinigkeit vorbereitet. Wie ihr hier seht, haben wir hier so ein weißes kleines Panel mit etwas Text drin, um unseren Dialog anzuzeigen. Und links, wie man es oft so kennt, so ein Charakterporträt, das eben den Charakter darstellt, der diesen Text quasi gerade spricht. Wenn wir das Ganze jetzt einmal starten, dann sehen wir auch, dass da schon ein kleines bisschen Code vorhanden ist. Den schauen wir uns auch gleich noch an. Was jetzt hier passiert, dass wir eben so einen Standardtext hier sehen. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann können wir uns den nächsten Dialog anzeigen. Und ich habe jetzt hier für dieses Beispiel mal vier Dialoge reingemacht. Das hier ist der zweite. Hier haben wir den dritten Dialog. Ihr seht jetzt auch links, dass immer das Charakterporträt sich austauscht für jeden Dialogschritt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den letzten Dialog. Ihr seht hier natürlich auch, dass ich TextMesh Pro benutze, um eben solche Sachen wie Kursiv gestellt, unter Strichen und grüne Farbe oder Smileys in den Text bringen zu können. Wie das funktioniert, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Die Texte für den Dialog liegen hier auf einem Game-Objekt drauf, das sich Dialog nennt. Hier habe ich ein kleines Skript eingefügt. Und dieses Skript hat jetzt eine Liste von Items. Jedes Item besteht aus einem Text, beispielsweise hier eben Hallo, ich bin Laura. Und natürlich einem Sprite, was dann hier eben angezeigt wird, wenn dieses Dialog-Item gesprochen wird. Zusätzlich muss das Skript natürlich wissen, auf welchem Textelement das Ganze angezeigt werden soll und wo es das Sprite platzieren soll. Der aktuelle Code für diese Dialog-Klasse sieht jetzt so aus, dass wir hier eben eine Klasse Dialog haben, die natürlich von einem Mono-Behaviour erbt. Und hier innen drin haben wir jetzt eine weitere Klasse Dialog-Item. Die ist natürlich als serializable markiert, damit wir sie im Inspektor auch sehen können. Und hier drin liegen jetzt eben genau die zwei Dinge, die wir uns eben angeschaut haben. Nämlich einmal den Text, der gesprochen werden soll und das Sprite, was angezeigt werden soll. Weiter hat die Klasse Dialog dann natürlich ein Dialog-Item, beziehungsweise ein Array von Dialog-Items und muss eben wie gesagt einmal wissen, wo es den Text anzeigen soll und wo es das Image anzeigen soll. Dann verwaltet die Klasse hier noch einen Item-Index, damit wir eben wissen, an welcher Stelle in unserem Dialog-Items wir gerade sind, um dann eben das nächste Item anzeigen zu können. Das funktioniert dann eben mit diesem Speak-Next-Item. Das macht jetzt nichts anderes, als hinzugehen und diesen Item-Index um 1 zu erhöhen und dann eine Methode aufzurufen, die sie Speak nennt, mit dem aktuellen Dialog-Item. Die Speak-Methode ist recht einfach gehalten, wie man sieht. Wir schauen jetzt einfach, ob ein Sprite zugewiesen ist. Wenn ja, dann ändern wir das Sprite auf dem Image und dann zeigen wir natürlich auch den Text an. Und jetzt würde ich natürlich gerne diesen Typewriter, das ist jetzt den Schreibmaschinen-Effekt, hier einfügen. Wir könnten das natürlich jetzt direkt in dieser Dialog-Klasse machen, aber wir machen das als Extra-Klasse, denn man kann den ja nicht nur in einem Dialog benutzen, sondern vielleicht auch für andere Texte. Das heißt, das Erste, was ich jetzt einmal mache, ich lege jetzt ein neues Skript an und nenne das Ganze den Typewriter-Effekt. Diese Klasse müssen wir jetzt nicht von einem Mono-Behaviour erben lassen, denn wir erzeugen diese einfach nachher händisch, wenn wir sie brauchen. Als erstes muss jetzt unser Typewriter-Effekt gleich einige Dinge wissen. Dazu lege ich jetzt mal einen Konstruktor an und wann immer wir eine Instanz von dieser Klasse erzeugen möchten, dann brauchen wir einmal ein Text-Mesh-Pro-Yugui. Das ist unser Target, also dort, wo der Text angezeigt werden soll. Dann brauchen wir natürlich den Text selbst, der angezeigt werden soll und wir würden gerne wissen, wie schnell er geschrieben werden soll. Für all diese drei Variablen legen wir jetzt einmal private Felder an. Ich mache das hier mal kurz über die IDE, das können natürlich selbst tippen oder auch die gleiche Funktion in Visual Studio benutzen. Wir sehen jetzt hier, wir haben drei neue Felder bekommen, nämlich eben genau diese, die wir im Konstruktor übergeben haben. Jetzt machen wir hier eine Kleinigkeit anders. Anstatt den Konstruktor öffentlich zu machen, machen wir den private, damit den kein anderer aufrufen kann, sondern wir werden das Ganze gleich ein kleines bisschen anders gestalten. Da wir nachher diesen Text hier durchlaufen müssen, um Buchstabe für Buchstabe in unserer UI anzuzeigen, brauchen wir noch ein weiteres Feld. Das nenne ich einmal private int current position und das initialisiere ich mit minus 1. Zu guter Letzt hätte ich gerne noch eine Property hier, die nenne ich einmal public bool has finished. Die hat einen öffentlichen Getter, aber nur einen private Setter. Sprich, wir dürfen nachher von außen hier drauf zugreifen zum Lesen, aber das Sitzen dürfen wir nur innerhalb unserer Klasse. Jetzt brauchen wir natürlich eine Möglichkeit, diesen Typewriter-Effekt zu erzeugen. Dazu machen wir jetzt einmal einen Public Static Typewriter-Effekt und nennen diese Methode einmal Start. Auch hier drin brauchen wir jetzt natürlich einmal unser Text Mesh ProUGUI, nämlich das Target, den String Text und natürlich auch hier den Speed. Den mache ich jetzt per Standard mal auf 0.03f. Hier könnt ihr natürlich ein bisschen ausprobieren, welchen Speed ihr wollt, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch von außen reingeben. Als nächstes erzeugen wir jetzt eine Instanz unserer Klasse, nämlich war Effect ist New Typewriter-Effekt. Das dürfen wir jetzt aufrufen innerhalb unserer Klasse. Hier kommt einmal rein Target, Text und Speed. Dann müssen wir diesen Effekt natürlich auch zurückgeben. Damit jetzt was passiert, brauchen wir noch eine Koroutine, denn wir wollen ja alle x Sekunden, beziehungsweise in dem Fall sind es alle 30 Millisekunden, den nächsten Buchstaben in unser Target reinschreiben. Das heißt, wir werden jetzt hier noch einmal hingehen und sagen, dass wir auf unserem Target eine Koroutine starten wollen. Die wird sich nennen Effect.run. Die gibt es noch nicht, die müssen wir gleich anlegen. Dazu erstelle ich jetzt einmal ganz kurz den Methodenrumpf. Und zwar brauchen wir ein Private Enumerator, da wir eine Koroutine hier entwickeln, die eben Run heißt. Und hier drin werden wir dann gleich den richtigen Code machen. Diese Koroutine sieht jetzt so aus, dass sie zuallererst zu unserem Target hingeht und den Text einmal leer macht. Denn der Schreibmaschineneffekt beginnt natürlich immer von vorne und arbeitet sich dann zum Ende des Textes durch. Dann wollen wir uns jetzt einmal merken, wie lang unser Text ist, den wir schreiben wollen. Dazu machen wir jetzt TextLength ist gleich Text.Length. Jetzt brauchen wir natürlich eine While-Schleife oder irgendeine Schleife, die über unseren Text laufen kann. Dies sieht in meinem Fall jetzt so aus, dass wir jetzt sagen, While not has finished, also lange unser Effekt noch nicht beendet wurde. Und unsere aktuelle Position plus 1, warum wir das plus 1 laufen, das klären wir gleich. Kleiner ist als die maximale Textlänge, dann können wir irgendwas machen. Wir schreiben jetzt hier CurrentPosition plus 1, da wir eben in die Zukunft schauen wollen, ob es noch Text gibt, der in unser Target geschrieben werden soll. Und falls dem eben der Fall ist, dann können wir jetzt hingehen zu unserem Target.Text. Wir machen jetzt ein Plus gleich, also hinzufügen und rufen jetzt eine Methode auf, die wir auch gleich implementieren werden, die da heißt GetNextToken. In dem Fall können wir jetzt dieses Token ansehen als nächsten Buchstaben, zum Beispiel, der eben in unser Textfeld hinzugefügt werden soll. Wenn wir jetzt den Text hinzugefügt haben, dann müssen wir jetzt ein kleines bisschen warten. Nämlich ein YieldReturnNewRateForSeconds. Wenn jetzt das Token hinzugefügt wurde, dann müssen wir jetzt ein kleines bisschen warten. Nämlich ein YieldReturnNewRateForSeconds. Und in diesem Fall möchten wir natürlich so lange warten, wie unser Speed eingegeben wurde. Das wäre jetzt im Standardfall eben diese 0,03 Sekunden. Wenn jetzt diese While-Schleife durchgelaufen ist, dann ist unser Effekt auch fertig. Das heißt, wir können einmal hingehen und sagen HasFinished ist gleich True. Jetzt müssen wir natürlich noch diese Methode GetNextToken implementieren. Das machen wir auch einmal, nämlich mit einem PrivateString GetNextToken. Was hier drin jetzt passiert, ist, dass wir unsere CurrentPosition um 1 erhöhen und dann unser NextToken bestimmen. Das ist ein wahren NextToken. Das wäre unser Text und zwar an der aktuellen Position. Jetzt ist es so, dass hier ein Character zurückkommt, nämlich nur ein einzelner Buchstabe. Wir brauchen aber einen String. Deswegen mache ich hier einmal .toString und dann geben wir unser NextToken zurück. Ein kleines bisschen zum Verdeutlichen. Wir haben hier beispielsweise einen Text, in dem steht Hallo, ich bin Laura. Dann haben wir unsere CurrentPosition beispielsweise auf 5. Das würde bedeuten, dass innerhalb unseres Textes diese CurrentPosition auf dieses Komma hier zeigt. Und wenn jetzt eben dieses GetNextToken hier aufgerufen wird, dann wandert unsere Position quasi einfach 1 weiter auf dieses Leerzeichen, gibt dann dieses Leerzeichen zurück und fügt dann dieses Leerzeichen hier oben in unseren TargetText mit ein. Und so sehen wir quasi immer den nächsten Buchstaben. Als nächstes erweitern wir jetzt unseren Dialog, indem wir jetzt einfach hier mal reingehen. Und bei unserem Speak, also da, wo wir bisher den Text gesetzt haben, das mache ich jetzt einfach einmal raus. Und gehe jetzt hin und sage TypewriterEffect.start. Gebe hier jetzt natürlich als Ziel unser Text ein, dann das Item.Text, also der Text, der geschrieben werden soll. Und den Speed lasse ich jetzt einfach mal auf Standard. Und jetzt schauen wir uns mal den ersten Zwischenschritt in Unity an. In Unity angekommen, können wir jetzt mal auf Start drücken. Wir müssen nichts an unseren GameObjekten verändern. Und wenn wir jetzt hier einmal sehen, dann sehen wir, dass unser Text hier auch geschrieben wird. Wenn ich jetzt nach dem Schreiben die Leertaste drücke, dann wird unser nächster Text angezeigt. Wir sehen jetzt aber ein paar kleine Ungereimtheiten. Wir sehen nämlich beispielsweise, wenn diese Steuerzeichen geschrieben werden, um beispielsweise Text rot zu machen oder hier dick zu machen. Das sieht natürlich ein ganz kleines bisschen blöd aus. Und was natürlich noch interessanter ist, wenn ich während dem Schreiben nochmal die Leertaste drücke, dann wird es ganz interessant, denn hier passiert jetzt folgendes, dass eben zwei oder mehrere Koroutinen, je nachdem wie oft ich hier drauf schreibe, in unser Textfeld etwas reinschreiben. Jetzt kennt man das natürlich von aktuellen Spielen. Wenn man während so ein Text geschrieben wird, nochmal die Leertaste drückt, dann wird der aktuelle Text fertig geschrieben und man kann dann erst mit der nächsten Leertaste drücken, wieder zum nächsten Dialog-Item springen. Und genau das wollen wir jetzt auch implementieren, denn damit kann kein Spieler was anfangen. Es sieht aber ganz witzig aus. Damit wir jetzt unseren Typewriter-Effekt beenden können, gehen wir jetzt zuallererst einmal zurück in unsere Klasse. Wir haben ja schon einmal eine Start-Methode, eine Run-Methode und genauso brauchen wir jetzt noch eine öffentliche Methode, um quasi unseren aktuellen Effekt zu beenden. Das wäre ein Public-Void-Finish. Was wir jetzt hier drin machen, ist, wir gehen zu unserem Target, sagen einmal Stop-Coroutine, damit quasi die Koroutine nicht weiterläuft. Das wäre in dem Fall die Run-Coroutine, die nicht weiterlaufen soll. Dann müssen wir natürlich den fertigen Text auch komplett in unser Textfeld schreiben und wir sagen natürlich dann Has-Finished ist gleich True. Jetzt müssen wir nochmal in den Dialog zurückgehen und wir müssen uns ein kleines bisschen was merken, denn wir brauchen nicht nur den aktuellen Item-Index von unserem Dialog, sondern wir brauchen auch den aktuellen Typewriter-Effekt. Das heißt, wir machen hier einen Private-Typewriter-Effekt, den nenne ich auch mal Typewriter-Effekt und an der Stelle, wo wir ihn erzeugen, das wäre hier die Zeile 63, sagen wir jetzt einmal Typewriter-Effekt ist gleich Typewriter-Effekt.start und so weiter. Und jetzt müssen wir natürlich beim Sprechen vom nächsten Item prüfen, ob dieser Effekt existiert, beziehungsweise ob er noch nicht beendet wurde und dann eben Finish aufrufen. Das machen wir jetzt wie folgt. Wir sagen hier einmal if Typewriter-Effekt ungleich 0 und unser aktueller Typewriter-Effekt ist noch nicht fertig, deswegen brauchen wir hier vorne noch einen Not. Dann soll unser Typewriter-Effekt quasi fertig werden, damit wir auch ordentlich aufräumen. Sagen wir hier noch einmal, dass er null sein soll und dann sagen wir Return, dass nicht sofort das nächste Item gesprochen wird, sondern dass eben der Spieler jetzt nochmal die Leertaste drücken muss, um das nächste Dialog-Item zu bekommen. Auch das Ergebnis schauen wir uns jetzt einmal in Unity an. Ich drücke jetzt hier wieder auf den Play-Mode, dann sehen wir jetzt, dass unser Text hier ganz normal durchläuft. Wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann wird er vollständig beendet und wieder mit der Leertaste kann ich weitergehen und so kann ich jetzt quasi ganz gemütlich durch diesen Dialog hier durchskippen. Jetzt müssen wir natürlich noch das Problem beheben, dass hier diese Steuerzeichen angezeigt werden, damit das Ganze auch wirklich ordentlich ist. Dazu gehen wir jetzt nochmal unsere Typewriter-Effekt-Klasse und zwar nochmal herunter zu GetNextToken. Denn was wir jetzt ja eigentlich haben, dass wir beispielsweise hier noch diese Steuerzeichen in unserem Text haben, beispielsweise dieses B, um einen Text FET zu markieren. Jetzt soll es ja quasi so sein, wenn unsere Current Position auf ein Zeichen zeigt, was höchstwahrscheinlich dazu führt, dass hier so eine FET-Schrift oder irgendwas kommt, dann wollen wir nicht nur ein Buchstaben einlesen als nächstes Token, was wir zurückgeben, sondern wir wollen quasi so lange lesen, bis wir das schließende Zeichen finden. Und dann ist unsere Rückgabe eben nicht mehr dieses einzelne Zeichen, sondern alles, was wir hier blau markiert haben. Und genau das müssen wir jetzt noch implementieren. Dazu prüfen wir jetzt, ob unser NextToken ein öffnende, spitze Klammer ist. Und falls dem der Fall ist, dann sagen wir jetzt einmal, dass wir einen Character haben, nämlich unseren NextChar. Jetzt brauchen wir erneut eine Schleife, und zwar eine Dual-Schleife, die unsere Token-Position erhöht. Dann sagen wir, dass unser NextCharacter einmal Text.CurrentPosition ist. Und dass wir jetzt in unser Token ganz einfach dieses nächste Character hinzufügen. Das Ganze machen wir jetzt so lange, solange unser NextChar eben ungleich einer schließenden Spitzenklammer ist. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht 100% perfekt. Man müsste jetzt eigentlich prüfen, ob es wirklich so ein Token ist, was TextMeshPro erkennen wird. Denn ich könnte ja auch einen anderen Text haben. Beispielsweise schreibe ich hier hin, Hallo, schau einmal hier und schreibe beispielsweise so einen Pfeil oder einfach nur eine spitze öffnende Klammer. Dann kann es ja durchaus sein, dass ich diese angeben möchte. Das beachtet der Code jetzt hier nicht. Das müsstet ihr natürlich selber implementieren. Das soll jetzt schon mal reichen, um eben in Unity das Ganze ein kleines bisschen hübscher machen zu lassen, dass eben diese Tokens von TextMeshPro übersprungen werden und wir das Ganze eben sehr viel hübscher sehen. Jetzt gehen wir erneut in den Play-Mode und schauen uns einmal an, wie jetzt unser Text geschrieben wird. Und jetzt sehen wir, dass wir eben nicht mehr diese Steuerzeichen sehen, sondern nur noch den Text, der in den jeweiligen Steuerzeichen eben angezeigt wird. Hier mit Kursiv, unterstrichen oder auch natürlich, wenn die Textgröße sich ändert, dann funktioniert das Ganze genauso. Und so haben wir jetzt schon eine kleine Möglichkeit geschaffen, einen ziemlich netten Typewriter-Effekt zu erzeugen, den wir auch abbrechen können. Das Ganze natürlich durchskippen und so kann man jetzt sein eigenes kleines Dialogsystem darauf aufbauen und es sieht schon ziemlich cool aus. So schnell kann es gehen, so einen super coolen kleinen Typewriter-Effekt zu implementieren. Das Ganze lässt sich natürlich noch wunderbar ausbauen und viel mehr, um so ein Dialogsystem zu entwickeln. Nächste Woche seht ihr dann wieder den Chris mit Blender. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Vergesst daher nicht, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich auch gerne die Glocke zu aktivieren. Bis dahin, ciao. Macht's gut.